Wir, die DBB-Jugend, sind heute hier im Bundestag und fragen die Abgeordneten ganz kurz, was wichtig ist. Patrick, Kaffee oder Tee? Kaffee. Was meinst du, was trinken die Abgeordneten lieber? Komm, wir gehen sie fragen. Okay. Berufsbeamtentum stärken oder einschränken? Stärken. Äh, stärken. Ich glaube, es ist bewährt und die bewährten Teile sollten wir auf jeden Fall erhalten. Bin ich immer dafür gewesen, das zu stärken? Nein, ich glaube, dass wir es nicht stärken müssen, sondern so wie es heute ist, ist es in Ordnung. Ich finde, das Berufsbeamtentum hat seine absolute Berechtigung bei hoheitlichen Aufgaben und sonst differenzierte Formen der Beschäftigung im öffentlichen Dienst haben. Wichtig ist aber, die müssen alle sozial gut abgesichert sein. Absolut stärken. Ich bin sehr auch für Beamte. Mindestens beibeholten. Ich würde ganz gerne zu einer Gesellschaft kommen, wo wir kein Berufsbeamtentum mehr brauchen, in weiten Teilen. Vernünftig umorganisieren. Ich glaube, da vertrete ich bei den Linken eine Minderheitsposition. Ich denke, dass Berufsbeamtentum in ganz konkreten Sparten, wie der Sicherheit, wie beim Gewaltmonopol, durchaus nach wie vor erforderlich ist. Wir stehen dafür, dass das Berufsbeamtentum in den Bereichen, wo es notwendig ist, wo es im Hoheitsgebiet des Staates auch weiter erhalten bleibt. Trotzdem muss man eine Diskussion darüber führen, in welchen Bereichen es noch notwendig ist. In anderen Bereichen habe ich ein Fragezeichen, ob wir da Beamtentum brauchen. Aber in bestimmten Bereichen, wo es auch um Sicherheitsfragen geht, bin ich sehr dafür, dass wir auch Beamte haben in Zukunft. Stärken. Insgesamt, glaube ich, stärken. Stärken. Ich bin für das Berufsbeamtentum. Es bringt uns sehr viel in einem Staat. Sehr viel Stabilität, sehr viel Zuverlässigkeit. Also ich unterstütze das Berufsbeamtentum. Stärken. Also ich glaube, dass wir das Berufsbeamtentum brauchen. Wir sind auch deswegen ein Land, das wenig korruptionsanfällig ist. Aber die Frage ist, ob alle die Berufe, die man in der Vergangenheit war, verbeamtet werden müssen. Halten und stärken. Die Gleichstellung von Beamten und Tarifbeschäftigten wäre für unseren Staat ein schwerer Fehler. Arbeitsverträge befristet oder unbefristet? Schöner ist es natürlich unbefristet. Eine Abwägung, wenn es gar keine Verträge gibt, als Notlösung oder zum Einstieg ist es sicherlich auch mal möglich, aber nicht als Dauerlösung. Mir wäre es lieber, wenn wir mehr Unbefristete hätten als Befristete. Lieber unbefristet. Unbefristet. Auf Wunsch des Betroffenen auch Befristete möglich. Das muss sein. Aber grundsätzlich muss jeder auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag einen Rechtsanspruch haben. Arbeitsverträge unbedingt unbefristet und zwar jederzeit, insbesondere für die Menschen aus dem öffentlichen Dienst, die nach ihrer Ausbildung häufig nur Befristete angeboten bekommen. Das geht gar nicht. Unbefristet natürlich. Unbefristet. Das kommt drauf an. Wir brauchen auch befristete Arbeitsverträge. Es kommt drauf an, aber Missbrauch muss man verbieten. Unbefristet, wenn es geht. Lieber unbefristet. Es gibt für beides gute Gründe. Junge Leute sagen mir manchmal, die Flexibilität ist gut. Wenn sie älter werden, wollen sie ständig einen unbefristeten Vertrag haben. Ja, unbefristet ist das Beste. Unbefristet. 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 Na klar, unbefristet. Befristet natürlich, klar. Nein. Nein, unbefristet natürlich. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Unbefristet. Wir werden das auch beim nächsten Mal durchsetzen, abgeschaffen in der Sachkontrollsenbefristung. Am liebsten. Unbefristet. Unbefristet. Unbefristet, wenn mir der Herr Schäuble die Kohle dafür gibt. Pension und Rente oder Bürgerversicherung? Ach, Pension und Rente hat sich, glaube ich, bewährt. Also ich glaube nicht, dass wir uns Richtung Bürgerversicherung bewegen, sondern jetzt hat es eine Berechtigung. Wir müssen in der Rente dafür sorgen, dass die Rente für die Zukunft auch in der Höhe sicher ist. Oh Gott, verschonen Sie mich mit Bürgerversicherungen. Ich bin klar für Bürgerversicherung. 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 Bürgerversicherung für alle, von allen. Wir brauchen dringend eine Bürgerversicherung für alle, in die auch alle einzahlen. Alle, die jetzt beamtet sind auf Berufszeit, auf Lebenszeit, die haben einen ganz klaren Anspruch verfassungsgemäß auf ihre Pension. Und da wird sich auch nichts ändern. Langfristig, glaube ich, aber schon, wenn auch die Bruttolöhne entsprechend angepasst werden, dass auch Beamte in die Rentenversicherung einzahlen können. Pension und Rente, selbstverständlich. Pension und Rente trennen. An den Stammtischen, wie das oft so diskutiert werden, noch die Beamten dabei, hätten wir keine Probleme mit der Rentenversicherung. Das ist natürlich Quatsch. Wenn ich mehr Leute in die Rentenversicherung hineinnehme, muss ich auch noch mehr Leistung bezahlen. Also das ist Jacke wie Hose. Pension und Rente. Pension und Rente. Pension und Rente, beides nebeneinander. Subsidiaritätsprinzip. Also ich würde gerne eine Bürgerversicherung machen, wenn ich dabei nicht die Kommunen und Länder überfordere. Also ich fände es gut, eine Bürgerversicherung zu realisieren. Bürgerversicherung. Bürgerversicherung. Bestehendes Lassen und dann Bürgerversicherung. Also Bürgerversicherung im Kranken-, also im Gesundheitswesen, da ist es ganz wichtig. Bei der Rente ist es schwieriger, weil da steht ja jeder Einzahlung eine Auszahlung gegenüber. Das ist bei der Krankenversicherung anders. Da zahlt man ein und hofft, dass man nichts rauskriegt. Deswegen ist da die Bürgerversicherung einzuführen halt einfacher und auch wichtig. Bürgerversicherung. Bürgerversicherung auch für Beamte, obwohl ich ja selbst einer bin, aber vielleicht gerade deshalb, weil ich einer bin. Ich glaube, dass wir mit der Bürgerversicherung zu mehr Ausgleich kommen, zu mehr Gerechtigkeit kommen, auch in den Sicherungssystemen. Und dass das geht, ohne Beamte, dann zu benachteiligen, das hat die Schweiz auf wunderbare Art und Weise vorgemacht. Ehrenamt stärken oder nicht? Das Ehrenamt muss man stärken. Es ist eine sehr wichtige Ergänzung auch zum öffentlichen Dienst. Wir brauchen eine starke demokratische Gesellschaft und dazu gehört Ehrenamt auf jeden Fall dazu. Na klar, stärken, aber nicht um den Preis, den öffentlichen Dienst abzubauen. Auf jeden Fall stärken. Ja, ohne Ehrenamt können wir unsere Bundesrepublik Deutschland zuschließen. Deswegen ganz klar stärken. Ehrenamt stärken. Bin selber ehrenamtlich stark engagiert. Auf jeden Fall das Ehrenamt stärken. Das ist bei uns im Land ausgeprägt, gerade in Bayern. Ohne Ehrenamt würde ein Staat nicht funktionieren. Stärken. Auf jeden Fall. Ohne Ehrenamt würde vieles in diesem Land nicht funktionieren. Stärken. Ja, natürlich. Ehrenamt. Wenn wir das nicht hätten, könnten wir einpacken. Nein, man hat es ja in der Flüchtlingskrise gemerkt, wie wichtig Ehrenamt ist. Ich fand es toll, wie viele sich dort engagiert haben. Unbedingt stärken. Was wären wir ohne die Zivilgesellschaft? Das Ehrenamt muss man stärken, aber man darf auch nicht der Versuchung erliegen, öffentliche Aufgaben dem Ehrenamt zuzuschieben. Natürlich. Ehrenamt muss immer gestärkt werden. Das ist der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält. Doch, stärken, aber nicht so monetarisieren, dass es wirklich nur noch aufs Geld ankommt. Selbstverständlich stärken. Ehrenamt stärken, weil ohne Ehrenamt werden wir viele Leistungen, die der Staat erbringt, nicht erbringen können. Ich glaube, da gibt es keinen Abgeordneten, der sagt, klar einschränken. Wir haben viel zu viel Ehrenamt. Na Quatsch. Natürlich stärken. Starker Staat oder privat? Starker Staat. Starker Staat. Nur dann kann man auch einen starken Bürger haben. Starker Staat. Starker Staat. Starker Staat. Nur reiche Leute können sich einen armen Staat leisten. Starker Staat. Starker Staat unbedingt. Wir haben gesehen, am Beispiel von Nordrhein-Westfalen, 2005 bis 2010, als Schwarz-Gelb doch damals Privatvorstaat formuliert hat, wohin das führt. Es ist die Polizei massiv abgebaut worden. Es ist in vielen anderen öffentlichen Bereichen massiv gespart worden, Planungsbereiche und dergleichen. Das ist eine Katastrophe. Das ist schwer zu beantworten. Wir brauchen einen starken Staat, insbesondere dort, wo es darum geht, auch das Gewaltmonopol durchzusetzen. Aber es ist vollkommen klar, nicht alles, was der Staat macht, ist besser. Wir brauchen auch eine starke Privatwirtschaft. Starker Staat. Sowohl starker Staat, aber Vorrang des Privaten nach dem Grundsatz der Subsidiarität. Ja, wir brauchen einen starken Staat. Und das heißt für mich auch, dass er sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und die Dinge, die man auch privat machen lässt, die Privaten auch machen lässt. Ja, beides. Starker Staat. Starker Staat. Starker Staat. Da muss es auch eine gesunde Mischung geben. Genauso wie eine Abwägung Freiheit und Sicherheit brauchen wir auf der einen Seite schon einen starken Staat, vor allem auch einen starken Rechtsstaat. Und auf der anderen Seite muss man natürlich Privatinitiativen auch unterstützen. Wir brauchen beides. Die Verantwortung sollte schon bei den Bürgern liegen. Also weniger Staat. Nein, es geht um eine starke, handlungsfähige, öffentliche Hand. Und davon profitieren auch die Privatpersonen. Oh, der starke Staat ist da nötig, um schwache Menschen schützen zu können. Nur reiche Menschen können sich einen armen Staat leisten. Starker Staat. Ein Staat, der den sozialen Bedürfnissen gerecht wird, aber nicht ein Polizeistaat. Rot oder Magenta? Dann Magenta. In dem Fall Magenta. Knallrot. Ganz dunkelrot. Beides. Rot. Okay, aber Magenta ist auch ganz schön, oder? Ist auch okay. Rot. Ja, ich. Aber auch ein bisschen Magenta. Natürlich auch. Magenta. Dann eher Magenta. 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 Das war kurz gefragt, was wichtig ist. Wir haben gesehen, in einigen Themen herrscht schon Einigkeit. In anderen auch nicht. Da bleiben wir dran. Uns würde aber noch interessieren, was sagt ihr dazu? Schreibt es doch in die Kommentare.